So, wir kommen zur Vorstellung. In der roten Ecke, Männer ziehen, 81 Kilogramm. Florian Kluge von Buxlinghilden. In der blauen Ecke, Alexander Henton-Lang-Hüttel. Rund 2, Runde 1. Rund 2, Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3. Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3. Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3, Rund 3. Ich nehme die Kamera jetzt das Kampfgeschehen. Ich nehme die Kamera jetzt an. 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 Vielen Dank.